Sehr geehrter Kaliber, netter Versuch, kritische Texte, Weltverbesserer-Blues. Du denkst, du gibst im System eine Reparatur, unterschätzt aber nur das Gesetz der Natur. Denn wir kommen mit Kohlekraft, dem Monopol der Macht, mit Munition, Omas, durch Korruption ergattert im Logenplatz. Du kommst mit Notenblatt, wir haben uns totgelacht. Guck mal, David gegen Goliath ist aus nem Märchenbuch voller erlogenem Quatsch. Bevor du Feuer bei der Generation entfasst, fahren wir Hovercraft durch eine Modlandschaft. Ein Antikriegsklang-Erzeugnis? Ganz was Neues. John Lennon hat das schon in den 70ern gemacht, hat ja richtig was gebracht. Du machst ein Lied gegen die gemeine Welt und in China hat gerade jemand Reis bestellt. Dann kommt der Krieg wieder, dann begreifst du schnell, Musik ist keine Lösung. Die Melodie löst bei ihnen Hoffnung aus. Heute hebt das Festival gesorgt die Faust, aber morgen wachen sie in ihrer Kotze auf. Musik ist keine Lösung. Was willst du? Menschen mit deinen Liedern tragen? Von der schiefen Bahn zur Zivilcourage? Über allen Krisen starten, Friedensfahren? Willst du noch ne Niere haben? Denkst du, du bist jetzt die Stimme der Gesellschaft? Die finden dich so lange cool, bis du Geld hast. Vielleicht wirst du von manchen für den mutigen Schritt geliebt. Andere sagen, der will doch nur gute Publicity. Nein, es ist nicht leicht. Du musst Gegenwind verkraften. Zweifelhafte Leute auf der falschen Ecke werden für die nächste Finger klatschen. Zum Beispiel Anzug getarnte, rechtsextrem gesinnte Spasten, die dein Video posten, weil sie kalkulierte Jagd auf jugendliche Wähler. Stimmen machen klar, denn keiner versteht deine Texte nach einer Jewa-Palette. Du hast mehr Schnapsleifen auf dem Gewissen als Leben gerettet. Die Satire wirst du schwer am Dorf erläutern, es sind Perlen vor die Säufer. Schenk den Menschen Botschaften und dein Temperament. Sie werden nur darüber streiten, wer dich länger kennt. Glaub mal nicht, dass da irgendetwas hängen bleibt außer dem Download der MP3. Du machst ein Lied gegen die gemeine Welt und in China hat gerade jemand Reis bestellt. Dann kommt der Krieg wieder, dann begreifst du schnell. Musik ist keine Lösung. Die Melodie löst bei ihnen Hoffnung aus. Heute hebt das Festival gesorgt die Faust. Aber morgen wachen sie in ihrer Kotze auf. Musik ist keine Lösung. Wenn du alles so viel besser weißt, du Wunderknabe, warum sitzt du nicht im Bundestag? Hast dir gedacht, der Job als Protestsänger ist krisensicher? Doch wäre Weltfrieden, braucht man deine Lieder nicht mehr. Wenn man die Geiseln in Guantadamo befreit und das Weltklima wieder ein Status quo erreicht, muss ich darauf hinweisen, ohne schadenfroh zu sein. Du singst dich in die Arbeitslosigkeit. Arbeitslosigkeit, gib es zu. Du brauchst die Tränen, die Angst, die Hero-Junks, die Krebs erkranken, die Schlägerbanden, den Mädchenhandel, die Denunzianten von Nebeln an, die Militärtyrannen, die Hate-Kampagnen, die Karriere-Schlampen, die Laserschranken, die Toxygen-Substanzen, die in den Meeren landen. Der Planet geht baden, doch wir gehen zusammen. Schenk dir ein und du siehst, ich bemerke, keiner. Das Glas ist halb leer, Meister. Erlaubt den Zweifel, deinen Kopf zu ficken, denn er steckt immer noch Mist in jedem Optimisten. Mach's wie wir. Uns ist die Schöpfung Latte, wenn Gott nur sieben Tage braucht, kann es ja öfters machen. Steif Gitarre und schreib Fülle ein, du wirst unbesiegbar durch Gleichgültigkeit. Nichts ist mehr schlimm und verwerflich. Nimm dir ein Zimmer mit mehr Blick, während sich unten das Gesindel beerdigt. Gib die Menschheit, ich bin noch nicht fertig. Gib die Menschheit auf. Kalibur, du verschwendest deine Kunst, sie wollen Änderung. Doch sagen, ihre Hände werden gebunden, da sie dunkle Mächte lenken. Bla, sie quälen wiederum. Aber die Menschen sind nicht böse, die Menschen sind nur dumm. Die Menschen sind nicht böse, die Menschen sind nur dumm. Ja, sie wollen, wie. Die Menschen sind nicht böse, die Menschen sind nur dumm.